Herr Bär, was war heute los hier bei Ihnen und wie hat Ihnen der Tag gefallen? Also ich fange mal mit dem sehr Positiven an. Mir hat der Tag sehr gut gefallen. Vom Wetter her, von den Besuchern her, von unseren neuen Lehrlingen. Da komme ich zu dem, was heute los war. Wir haben heute Tag der offenen Tür auf unserer Klärnlage gemacht, um der Bevölkerung von Cottbus zu zeigen, wie wir das Abwasser umweltgerecht reinigen und wieder klar in die Spree abgeben. Und zum Zweiten hatten wir heute Lehrjahreseröffnung hier bei uns. Wir haben 13 neue Lehrlinge heute begrüßt bei uns, die neu als Instandhaltungsmechaniker ihre Lehrer heute begrüßen haben.